Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Defense 2 Und wir sind bei Welle 100 Das große Finale Das große Finale, Bubana Hier sind noch Kasernen, Bubana Da muss die kaputt machen Was sind die Kasernen? Da sind Spawner drinnen So fliegende Teile Da sind Spawner drinnen, die bitte kaputt machen Beim Bubana halt jetzt maximale Zauberanzahl Ja, beim Bubana ist auch noch ein Bauarbeiter Äh, Nether Oh, der Boss ist gespawnt Ist er? Tatsächlich? Ja, ist er Mach ich fertig! Komm her, du Drecksau Einigen Zombies The King Du bist doch nicht der King Du hast doch nicht zu me... Meiner ist tot Mein King ist tot Ich bin im Wasser Nein Samenlul Nein, du dummer Eiser, du Die Rüstung hat sich nicht zu Obsidianus verwandelt Obwohl sie zum Wasser war Bleib stehendes Wasser Äh, über der Summon, ne? Goll Was ist das? Lötet doch den King Wo ist der King? Da unten Komm, den holen wir uns, Karsten Erst King ist tot Bei mir, der ist auch schon tot Ich kümmere mich nur noch um die kleinen Zombies Ja, da war nix War die auch, Bubana? Uh Oh, ich bin eingebaut In Eis No Challenge Der King hat nix getrunken Sagen, ne? Samenlul Ich sterbe Muss mal irgendwie wieder da hochkommen Oh, bei Bubana Samen, bei dir kommen sie übrigens durch Na, wo? Hab ich endlich? Fast über die Treppe komme ich nicht mehr noch hoch Oh, ich muss das Wasser nehmen Muss mich mal kurz hier selten Die Negra anziehen Mal kurz nen Abfluss machen Nein, da macht mir das Wasser weg Seid die behindert Äh, ich will dir ja nicht sagen Ja, aber ein Zauberer greift gerade das Boot von oben an Nein, jetzt fall ich noch Wasser, 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 Wasser Das erste TNT auf unser Boot Ähm, Leute Ja, das TNT ist ja egal Es ist, äh, Obi drin Der Villager ist ja noch gesund Aber da ist noch ein King Ey, Karsten, Karsten, Karsten Mach das weg Nein Nein, 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 nein Ja, nächstes Mal Ist noch ein King Keine Zeit für Bauen Oh, ja Ja, guck mal Deine Seite ist mega offen Guck dir das mal an Ja, ich hab eh gehofft, dass du mir hilfst, Karsten Ich muss mich da jetzt drum kümmern Worum? Da Die Kiecher, die jetzt wieder kommen Ups Äh Ja, dann tötet den halt nicht so Ich hab den letzten King getötet Ja, Bubana, was auf deiner Seite? Oh nein, das ist wohl wieder Wie viele Zombies, die da schon wieder kommen? Haben wir eigentlich schon gesagt, was heute unser folgen Ziel ist? Äh, keine Ahnung Meinst du Wellenziel? Nein, jetzt falle ich da schon wieder runter Wellen, weil du 150? Hab ich gehört? Ja, ich hoffe, nein Darf mir überblicken, ok Was ist mit der Verschnaufpause? Warum spawnt das? Tim, was ist mit der Verschnaufpause? Äh, nicht nach jedem Boss gibt's ne Verschnaufpause Warum denn jetzt nicht? Ähm, Karsten Zauberer wieder überm Boot Hier bei mir, überm Schiff Zwei Stück sogar Ich bin grad bei Bubanas halt am aufräumen ein bisschen Ja, Karsten kümmert sich eher um die Zauberer Ok Alter, die Eiser sind so ekelhaft Ich geh'n Da liegt ein Lifeshard Joins Nicht auf mich! Schieß doch gar nicht auf mich! Willst du mich umbringen? Sind die hier abgebaut? Nein, da ist noch ne Kaserne wo noch Abgebaut ist Ich mach dich schon zusammen, mach deine Seite Ja, ich muss aber kurz da unten flüchten So, ich geh' jetzt mal wieder auf meine Seite Aber hier schaut's ganz gut aus Ich geh' wieder runter aufs Boot Nee, geh auf deine Seite, komm an deine Seite Oh, hier sind Creeper-Zombies Ja, ich wär' schön, wenn die explodieren Wir haben hier hinten ein kleines Wasserproblem Kann das sein, dass meine Rüstung sich jetzt nicht in Obsidian-Rüstung verwandelt hat, weil ich im Wasser war? Vielleicht fließendes Wasser Vielleicht fließendes Wasser Oder weil sie im fließenden Wasser war Naja, ich habe Eis abgebaut Das ist ja dann eigentlich stehendes Wasser Wird doch direkt zum Flüssigen Werter der Void Ich bin so dankbar, dass du's abbaust, aber Oh 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 oh, äh Probleme Wo ist hier ein Eis ab? Gut, rechts auf! Was? Hilf mal zusammen Ja, wir brauchen hier noch Hilfe Ah! Oh Gott, was war das? Alter Blödes Ding Können sich... Ähm Wir brauchen hier Hallo! Ja, die sind gleich beim Schiff Ja, bei uns hier auch Viel fehlt nicht mehr Nein! Der Scheiß weiß er! Ja, ganz im Schiff Das Schiff fängt an zu brennen Ganz schlecht, ganz schlecht Ist... Feiert sich an, oder auch? An... Dann haben wir ein Problem, weil das Schiff hängt an zu brennen Ich könnte das Schiff löschen Ich könnte das Schiff löschen Nein! Ihr dummen Eiser! Lass mich denn raus! Nein, weg vom Villager, ne? Sonst machen die ihr das Ding weg Obsidieren Moment Oh, da... Da waren noch Blöcke drin Da vorne Ja, das Problem ist, das Schiff fängt, äh, brennt komplett ab, ne? Das ist doch egal! Ja, aber das legt den Kasten vom Dienst frei Hey! Irgendeiner schmeißt da Amboss auf Weißt du, ich kann mich gar nicht um alle Kaserne wieder kümmern Grat Pioneer, ah ja Braucht jemand Anvils zum Kombinieren? Ne, brauche ich nicht Wir sind ein paar Anvils Shit, jetzt bin ich schon wieder hier unten Die ersten Zombies haben das Schiff erreicht Okay, ich komm zum Schiff zum Verteidigen Ich hab keinen Bock mehr hier Ähm, das ist mir grad zu blöd Mit dem Gas Und den Eisern Ist da irgendwo Wasser, wo ich grad hochladen kann? Eins von denen? Äh, na, ich kann dir Wasser setzen, wenn du willst Eis Jetzt grade... Ah, da ist ja eins, wo ich unten komme Da ist ein Eis da unter euch übrigens Ähm, Karsten Hm? Wenn der Eis hat den, ähm... Der Zombie, äh, den Villager angreift Ja, kann der Villager dann eh nicht erzielen Bitte? Weil dann das Eis zu Wasser wird Wir hoffen, das haben sie gemacht Äh, die Zombies sind unter dem Boot, Alter Wer ist denn da oben, Sam? Du Dös-Buddel Jetzt musst du dich konzentrieren Ah! Help! Gott! Fucking Eis! Ich geh weg! Komm ab! Jetzt ist mal Konzentration angesagt Mann, ich muss... Ich muss hier irgendwo umkommen erstmal Samen Samen, kriegst du's heute hin? Ist so eine Scheiße Leider, ich komm hier nicht hoch Oh, da ist ja Wasser, was gerade ist vorne Finde ich gut, da komm ich hoch Hoffe ich's Die Preds Zombies machen die ganze Zeit unter mir den Boden weg Ich fall jetzt zum dritten Mal schon im Freud Ich hab nur noch zwei Raketen Du hast überhaupt Raketen seit... Oh, ich hab die ganzen Wasser nutzt Oh, danke, das war's jetzt auch schon wieder weg Ich hab ein paar der Zombies da unten weg... äh... ... den Bogen weggeschossen Ich hab hier oben um die Zauberer, aber das schaut nicht gut für mich aus Alter... Kaum will ich mit dem Bogen auf die schießen Braucht mich ein Eis da schon wieder ein So, ich bin mal wieder hier oben There we go Jetzt sollen wir nicht auf Ka rumstehen Jetzt muss man sich echt mal langsam... Ich musste dich heilen Scheißdreck, muss man sich hier heilen Ich musste mich noch kein einziges Mal selbst heilen Okay, jetzt ist meine Rüstung zu Obsidian-Rüstung geworden Alter, diese... Wenn wir kriegen, sie verlieren die Enchartments Ich hab keine Protection mehr Toll Ja, die stehen hier bei... bei der Brücke... zum Boot Oh, ich hab nicht mehr Weg vom Billager Ich müsste die Zombies ein bisschen weiter weg 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 Ich schau f... den Kopf dann nicht immer den Scheißboden weg Ich bin aber lieber Aber wenn du genug Level hast, dann Charged ist das einfach neu. Au Gott, hier ein Tee. Wo kam das denn? Ja, okay. Von oben. Äh, das hat aber lang gebraucht, zum Beispiel. Wieder da. Ich habe jetzt eine volle Obsidian-Rüstung. Ja, danke. Nein, dich im Boden unter mir wegmachen, die Zombies. Ja, das machen sie auch. Nein. Welcher ist das überhaupt? Der Troll. Ah, ich komme hier nicht hoch. Jetzt bin ich ja wieder hier unten. Ich kann die, die zum Villager gehen, gerade nicht abwehren. Wo gehen welche zum Villager? Ich bin ja beim Villager. Ja, von deinem Spawnpunkt aus. Wir sind nur Zauberer. Von hinter dem Bidl. Da waren Wolle. Es leckt! I'm on my way. Ich bin oben, aber sicher nicht mehr lange. Ich bin oben, aber ich bin oben. Der ist ein Zauberer. Erst. Okay. Erst. Cubana ist gelapet. Ausgetanpt vielleicht? Uff. Nice Moment dafür. Okay. Da. Saved. Pocken. Oh, ich habe mal wieder ein paar Lifeshots bekommen. Finde ich gut. Warte, ich habe richtig viel Leben. Oh, mehr kann ich nicht nutzen. Braucht jemand? Bin jetzt. Komm, ich weiß, pass auf. Bin jetzt. Ich bin jetzt auch auf Falle in Schwarz, ja. Äh, ich kriege den mal an. Oh, das war ein Schwarz und Trank. Pupps. Zombie. Ich habe den Lifeshot nicht bekommen. Ich habe ihn aufgehoben. Ja, die Zombies kommen hier auch auf. Ja, Sam ignoriert einfach seine Seite komplett. Ja, wir sind gerade hier vorne am Kämpfen. Ja, dann lass doch Rose da kämpfen. Wir sind vier Leute. Ja, da hinten zwei und hier zwei. Da ist einer für den Veilchex ist. Ja, weil ich da auch wo ist,向ックe. Wasser setzen. da oben ist ein eiser alter ist tot da ist ein boss gespawnt was ist das für ein boss kann ich dich da alleine lassen hier ist irgendwo ein troll und hier ist ein zauberer und schmeißen die ganze zeit der nt runter ihr payne müsste mal da hochfliegen ich halte das hier die ganze zeit im auge dass wenn da irgendwie tnt kommt da ich direkt in wasser setze das stimmt da ist im boss gespawnt oh villager war verletzt ganz rechts ja sommer anstatt die mal um zu killen ich komm da nicht hoch jetzt kackt zombies die nicht mal runter schuss ich komm da zu dem zauberer nicht kann ich mir jetzt die tnt kanonen kaputt machen ja kommst du doch nicht hoch mit einer rüstung obal kürich macht mir bitte schuhe dann kann ich da hochfliegen nein die lanze ok die zauberer oben sind die haben sich selbst durchgesprungen die luft um dich wird kühler was gehen wir jetzt sollen wir die tnt kanone lassen ich weiß nicht mal wo die ist aber irgendwo da oben steht einer der das runter nein die sind schon in der kontrolle ja direkt hier vor uns dann töte die bitte ich töte den eiser ich habe den eiser und bin voll pass auf das eis geht gleich weg dann fällt so ein spoilt ich bin schon weg doch das geht nämlich wieder weg ja aber davor nein 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 wie war das was unser ziel war welche way keine ahnung aber bis jetzt schauts ganz gut aus der villager ist immer noch unverletzt die dunkelheit schreit nach einer seelenreihe ich glaube da vorne gespawnt komm her dunkelheit nimm dir meine seele ich muss mich mal ganz kurz aus den kisten wenn sie noch existieren äh rüstung holen aber werte dunkelheit ich sage dir meine seele schmeckt nicht oh 1hütte ist ja ein bisschen da oh da ist ein spawner da ist ein spawner die können hier passen da bei dir ist ein spawner mach den weg ja sekunde ich sehe nichts warum siehst du nichts cubana unter dir ist ein spawner ja ich kann den nicht abbauen cubana ist vergiftet oh shit schatzi schau dir mal meine keits an guck mal ob ihr das vieh findet was für ein vieh ich bin grad schon am gucken aber ich weiß nicht wo sie ist also ich muss mal schauen ob ich da irgendwie hochkomme ah hier die roche ja hier hier ich hab's wo ist es wo ist es ähm warte wo bist du ich sehe ich dich irgendwo oh boy ah dahinten ist es tot? weil meine effekte sind weg hab's also rose hat's was ich? nein hä? oh ich hab nur nen tmt-turm verteidiger getötet oh ist das angenehm wenn's so ruhig ist kann jetzt noch ein spawner spawner kaputt jetzt schnell erstmal enchanten gerade ruhe mhm ok dann geh ich enchanten also glaub ich kann sein das jetzt weiter geht direkt ich muss auch enchanten oh es leckt ja nicht mehr bei dir alter uff wahrscheinlich bin ihm er sollte noch leben also oh nein ich glaube nicht ja jetzt ist das versteckt von bubana doch er lebt noch ganz knapp stirbt nicht ah scheiße ich brauch lapis die kiste da ist weg hä? die kiste bring lapis mit bitte die kiste hier ist weg kommt mir mal im raum er wird 30 verzaubert oder in allen enchanten raumen nein der enchanter raum ist noch da er lebt noch ja nicht ich hab lapis nein hier scheiße ok ich kann nicht enchanten hier ist er ist ein trolle feld ist ein könig ähm tut mir leid aber ich weiß nicht wo der neue enchant ach so was der enchanter raum lebt eh noch ja warte ich bin auf dem weg nein lieber nicht sonst baut der troll den ab ich bin grad in zweit deswegen gefallen aber ich war im raum vom feld aber diese lags sind jetzt heftig ich hab keine blöcke mehr ich komm ich hab dran ich hoffe ich hab lauf ist nein oah ja geh doch weg du scheiße oah eisenkohle macht grad mehr als ihr oder was ist da los ja ganz so wir haben grad ein bisschen probleme mit einem eiser oh gott ja ein bisschen ist gut gesagt in der tat oh is er dann werfe ich ein lightning knife drauf ja der amos denn dieser kürbis amos denn lebt noch ach da ist er ich hab ihn mach ihn weg weg sie groß mein helm ist kaputt gegangen dass der biegen noch funktioniert wurde an mich ja mich actually auch dass der noch steht ja das ist weil wir alle schön abstand von dem biegen halten ja der level 30 enchanter ist jetzt auch ein level 15 enchanter äh ich hatte keine 30 level ich konnte nicht auf 30 verzauern ich hab 54 hat sie hat sie doch am wenigsten fehlt es ja man nein jetzt hier Karsten, du wirst mich nie finden. Ja, können wir uns eigentlich mal helfen, den Villager ein bisschen wieder zu verteidigen? Ich bin gerade der Einzige, der hier chillt. Machst du gut. Ja, hier sind wir. Komm von allen Ecken welche wieder. Handlings, Handlings, bitte. Seppstrider, uff. Kann man überhaupt Mending von einem Entschuldigung bekommen? Ja, theoretisch schon. Aber es ist halt mega. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Äh, wir sind, summon nicht zum Villager gehen. Oh nein, summon! I told you! Oh! Nicht zum Villager. Robert, braucht ihr Obsidian? Ich kann zubauen. Nein, 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 das passt noch. Das passt noch. Jetzt bitte nicht mehr zum Villager gehen. Äh, ich baue kurz schnell drüber. Ist das okay? Ne, ne, ne. Lass, lass, das passt noch. Das passt noch. Ich glaube, die sind hier oben. Barbara. Warum macht der ein Moor ein? Ah, okay. I am Australian. Der Eis da, wenn man bei dem Villager ist, macht er das Eis und das Ersitz des Obsidian. Right? Yes. Freifeld. Okay. Oh yeah, ich hab jetzt voll links. Also dafür, dass das komplett Chaos dazwischen ist, halten wir uns echt gut. Schnell hier durch. Ja, aber das Schlimme ist... Oh nein, ich Idiot, hab den Eisengolem getötet. Oh, der wär wahrscheinlich eh bald gestorben. Ja, der war ein One-Hit. Ich wollte eigentlich mal den... Wo ist der Eis da? Ist schon down, ist schon down. Wepping, Degas. Oh boy. Oh boy. Yeah boy. Du labernschärfer, wer bist du eigentlich? DAT kommt. Was ist dein Polizist? Polizist, lol. Ja. Oh, maybe I think they have a Hockback-Stick. Yes. Oh shit. Verkannt aus. Wieder weg! Oh shit! Aus welchem Spielmodus kennen wir, dass der Polizist den Hockback-Stick hat? Icky Tee. Nein, da kommen Minion-Zombies. Vom Schiff. Ich weiß gerade nicht, ob welche von durchgekommen sind. Okay, Bobana hat sie getötet. Hä? Was ist das denn? Was war das für ein Sound? Ich bin hier oben auf, da liegt bei einem Zorberland. Ich muss mich kurz retten. Ich hatte nur noch zwei Herzen. Ich war fast tot. Sorry. Eventuell meine Schuld. Ja. Aufpassen, manche Zombies sind jetzt unsichtbar. So, jetzt muss ich mit dem Bogen schießen, der keinen Infinity hat. Oh, bei einer ist schon eine schlechte Idee. Oh ja, da ist einer. Ach der. Oh. Wow. Ein Hit und der ist am Feuer schon gestorben. Okay, da. Oh lol, der kommt jetzt schon? Was denn? Ehhh... Irgendein Zauberer? Ja, der... Ich seh die Effekte dahinten. Der Archmage. Oh shit. Ja, den seh ich auch. Äh, brauchst du Hilfe bei dem? Äh, ja. Komme. Aber es sollten für... Es sollten für... Es sollten für nicht alle dahin gehen. Vielleicht ist er da. Ah! What? Der Carsten, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Okay. Oh no. Oh no. Ich dachte grad, du bist ein Zombie. Ah nein, hier unten ist einer. Wo soll ich hier sein? Eiß. Oh. Wo ist es? Okay. Also das Einzige, was noch nichts abbekommen hat, ist meine Bude eigentlich. Also meinen Turm, in dem ich wohne Das Einzige ist noch nichts abgefahren Oh, Wana! Wana! Print number 2 Wo? Wo ist der denn? Ah, da drin Oh, die TNT-Consumer, die sollten wir leben lassen, oder? Ja Nein! Das sind die Pfeilen Oh, da kommt ein unsichtbarer Polizist Ähm, Carsten, über uns ist irgendwas Weißes Äh, wie kommt ihr zurück? Das Portal ist kaputt Ist das Portal in der Oberwelt auch kaputt? Ja Echt? Uff Du hast es in der Oberwelt kaputt, wtf Hehehe Passen könnte ich borden Nein, kann man nicht Ja, aber nicht? Hier, wo war ich schon mal für dich? Gibt's nicht, wo ich TP? Nee, gibt's nicht In der Oberwelt sollte das ja eigentlich, äh, nicht Sehr unbewusst Lassen wir die Creeper-Zombies leben? Naja, unserem Villager können wir eigentlich nicht schaden, also Wir könnten halt ein paar Structures kaputt machen, was praktisch wär Ja, danke Oh, herzlichen Dank, was auch immer dein Kollege ist So, Bauern, hast du alles, um das Portal zu machen? Ja Okay Ja, Fliegen ist praktisch, Carsten, ne? Kann ich nicht Ja Noch keine Blöcke oder was? Oh, der hat den Ticket getroppt Ähm, will noch eine in der Live-Chart Äh, ich bin, ich kann keine mehr nutzen Äh, ich kann auch was nutzen Äh, ich kann auch was nutzen Oh Gott Ich bin im Wasser Der TNT-Consumer hat gerade seine Kollegen geführt Weiß Ganz lustig, dass die Zombies auf mich geträgt sind und nicht auf den Villager Ja Sehr praktisch Kommen sie wenigstens zu dir und bleiben stehen Äh, hinten Ähm, ich geh mal kurz drüber zu Carsten Nein, komm zurück, du Weißer zu mir Oh ja, Blaze TNT in dir Ist auch okay Carsten Yes Wir haben Live-Charts Yes, ja, enjoy Danke Robana, bist du schon wieder da? Ja F**k Was denn Schaftler, was macht der Wies-Schaftler? Das hat bestimmt was mit Tränken zu tun Haben einen Live-Chart Aber Leute Wie das weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge Wir sind nämlich bei Welle 149 Robana Robana muss die Abmacht machen Robana, schnell Ne Na gut, tschüss Robana Robana macht die Abmacht Robana macht die Abmacht Tschüss, bis zur nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss